Die Katalanen Die Katalanen dennoch fest mit dem früheren Dortmunder. Trotz der Verpflichtung des brasilianischen Offensivstars Malcom plant der FC Barcelona weiterhin fest mit Ausmane Dembele. Ein Verkauf oder eine Ausleihe kommt nicht in Frage, wir wollen einen Konkurrenzkampf im Team. Das ist wichtig, um unsere Ziele zu erreichen, ich hoffe, dass es seine Saison wird, sagte Barca-Trainer Ernesto Valverde im Rahmen der USA-Reise des spanischen Meisters in Los Angeles über den früheren BVB-Profi. Dembele müsse, ruhig bleiben und hart arbeiten, betonte auch der neue Sportdirektor des Klubs, Eric Abidal. Barca hatte Dembele im vergangenen Sommer für 105 Millionen Euro von Borussia Dortmund verpflichtet. In seiner ersten Saison hatte der 21 Jahre alte Franzose mit Verletzungs- und Integrationsproblemen zu kämpfen, seine Bilanz, vier Tore und neun Vorlagen in 24 Einsätzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017